Musik Meine geliebten Kinder des Lichts, Lichtvolle Zeiten warten auf euch. Es liegt ein Meilenstein hinter euch. Ihr habt ganz großartige innere Arbeit geleistet. Ihr seid auf dem Weg, euren Verstand immer mehr in seine Schranken zu weisen und eurer Seele immer mehr den Vortritt zu geben. Eure Seele möchte in dieser Inkarnation so vieles auf den Weg bringen, mit euch gemeinsam Neues gestalten, mit euch gemeinsam auf einen neuen Weg gehen. Ein Weg, der euch viel Neues bringen wird, an Interaktionen mit anderen, an liebevollen Begegnungen, bei welchen ihr spürt, sie sind aus tiefstem Herzen erfüllt. Ein Weg mit Tätigkeiten, die euch Freude bereiten und so richtig Spaß machen. Ein Weg, in dem ihr das Leben in vollen Zügen genießen könnt, da eure inneren Begrenzungen kaum oder sogar nicht mehr vorhanden sind. Es steht immer eine Weiterentwicklung an, zu jeder Zeit, jeder Tag bringt neue Erfahrungen und eine Entwicklung in dem einen oder anderen Bereich. Doch eure Lebensreise wandelt sich nun in dem Sinne, dass diese Erfahrungen nicht mehr dunkel und triste sind, denn diesen Anteil habt ihr schon ganz gut in euch gelöst. Die kommenden Erfahrungen werden voller Freude, Liebe und Glück sein, mit eurer inneren Freiheit, die ihr in euch bereits spürt. Meine Geliebten, freut euch über eine erfüllende kommende Zeit, auch wenn neben euch noch Dunkles gelebt wird. Bleibt bei euch und euren Erfahrungen und lasst die anderen weiterhin diese und jene Erfahrungen machen, die diese Lebenswesen hier auf Erden wünschen zu leben. Für euch beginnt ein neuer Zyklus, ein Zyklus, der euch zur höchsten Erfüllung führen wird. Euer euch lebender göttlicher Vater und den Tabern ön started weiter. » Stopp! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020